Morgen kommt das Ordnungsamt, kommt mit seinen Gaben. Rambock, Sturmhaupt, Schießgewehr, Strafzettel und noch viel mehr. Ja, ein ganzes Kriegersherr stellt dann vor der Türe. Hallo liebes Ordnungsamt, was ist dein Begehren? Oma, Opa, Schwesterlein, viele dürfen hier nicht rein. Doch wir wollen fröhlich sein, das kannst du nicht verwehren. Dieses Weihnacht ist ein Graus, keiner will's erleben. Unsere Freiheit geht dahin, darauf einen großen Gin. Nächstes Jahr wird's wieder fein, danach wollen wir streben. Nächstes Jahr wird's Dr. Vielen Dank.